Wir von Resonance sind Mitglied bei VDL, weil wir die Mitarbeit mit fähigen Leuten schätzen. Wir glauben fest daran, dass wir zusammen mit Experten aus der Energiebranche und unserer Expertise in KI und datengetriebenen Lösungen zusammen für eine bessere, nachhaltige Zukunft zusammenarbeiten können. Wir von Resonance sind Experten im Bereich künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Lösungen, alle mit Forschungshintergrund. Und wir fokussieren uns tatsächlich auf Aufbau von kompletten Lösungen für Energieunternehmen oder auch Produktionsunternehmen mit den Zielprozessen oder die Versorgung mit Energie effizienter zu machen. Das heißt, mit weniger Verluste die Energie zu übertragen, weil das zu einer niedrigen CO2-Bilanz führt. In VDL hat man als junges Unternehmen Zugriff auf ein Expertennetzwerk aus Forschung und Industrie. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, weil man natürlich Ideen und Konzepte validieren kann und auf die Art und Weise die Lösungen, die man entwickelt, auch anpassen. Als junges Unternehmen haben wir die Möglichkeit, an ganz aktuellen Themen zu arbeiten und ganz flexibel zu sein. Das bietet uns natürlich viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und mit ganz unterschiedlichen Branchen und Unternehmen zusammenzuarbeiten. Daten sind komplex und wunderschön. Und da gibt es Informationen, diese kann man strukturieren, modellieren und transformieren und in verschiedene Arten und Weisen. Und das ist ein komplettes Universum, was man sehr schwierig verstehen kann. Aber Daten schaffen Einblicke in Sachen, die wir überhaupt nicht beobachten können. Also mit Daten können wir Prozesse automatisieren. Mit Daten können wir verstehen, was unsere Kunden sind. Also beispielsweise für Stromnetzbetreiber. Okay, also wir haben, also der Stromnetzbetreiber hat 200.000 Kunden oder so. Es ist wichtig eigentlich, das Kundenverhalten und Bedürfnisse zu verstehen, damit man diese effizient abdecken kann. Daten schaffen Einblicke. Oder können einfach die Zeit verlieren, wenn man nicht rechtzeitig aufhört, mit den falschen Daten zu arbeiten. Mit dem VDE haben wir das gemeinsame Ziel, dass wir mehr Nachhaltigkeit bei der Energieerzeugung und Energieübertragung schaffen möchten. Unsere Vision für die kommenden fünf Jahre ist, dass mit Hilfe von unseren Daten- und KI-Plattformen Energieerzeuger und Netzbetreiber die Möglichkeit geben, deren Endkundendaten von Smart Meters zu analysieren und zu verstehen, sowohl auch Einblicke in das Niederspannungsnetz zu schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017